Und damit Willkommen zurück zu Battle Doors Gate 3. In der letzten Episode haben wir es ja in diese Kammer da geschafft, wo der Imperator ja früher mal drin war. Nette kleine Bude und wir hatten ja unseren netten Kampf hier drin. Ich habe soweit meine Sachen hier gelootet. War eigentlich nix. Warte, der ist mit dabei. Ach, das wäre ein Feuerweinfass gewesen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Schriftrolle. Kleiner Schrank. Hm, das nehme ich nochmal mit. Ich will eigentlich nicht noch mehr Ramsch hier mitnehmen. Und er hat auch gemeint, er zeigt uns ja hier irgendetwas, wo wir hier reinkommen. Hier mal nicht. Oh, den habe ich noch ganz vergessen zu looten. Wenn wir hier drin, geht Yankee-Kurzschwert. Hm. Gehen wir es mal mit. Für alle Fälle. Ich glaube, das ist da hinten, ist eher der Eingang. Aber. Nicht erreichbar. Ah, da. War irgendwie offensichtlich. Schwert des Imperaturs. Okay. Okay. Einzigautige Hülle. Okay. Kleiderschrank des Imperaturs. Oh. So, globale Zitatellenrüstung. Ich muss dich gegen Verängstigung. Jetzt ist es mit einem Treter. Wenn ich mir Gedanken stelle, wenn er verzieht ist, da hält er bloß eins auf Intelligenz. Die Speerrüstung. Verzieht nur für die Bezauberer oder Verängstiger eine Kreatur. Um einen Bonus. Okay. Ich muss gleich mal anschauen, wenn ich das ganze Zeug dann gebe. Mal hier. Hast du mir die Gestalt? Ja, nehm ich mal mit. Nee. Jetzt auch nichts mehr. So, mal hier. Ketten. Oh. Alles klar. Ein Wackel. Ich hab's nicht für Trichterfahrens-Suppe. Oh. Okay. Warte, aber ist das ein echtes Rezept? Das ist ein echtes Rezept. Ah. Okay. Cool. Hahaha. Dann wollen wir hier. Schwarze Tentakel. Nehme ich auch mal mit. Gut. Hier auf dem Rack war auch nichts mehr. Dann wollen wir hier. Okay. Eiei. Ne. Ist schon mal Ramsche drin. Was machst du? Oh mein Gott. Ah, Jutesack. Ne. Ich glaub. Alles verfault. Was haben wir denn da drin? Alter, wie groß ist denn das hier unten? Weiß ich jetzt Ruhe. Giftzahn. Ah, das nimm ich mit. Das nimm ich auch mit. Dankeschön. Gold. Rechen mit Tieren. Ja, warum nicht? Ah, nimm ich auch mit. Eiei. So viel Lut. Ne. Alt. Das ist unten. Gut. Nix Interessantes. Gedanken wahrnehmen. Was zum... Äh. 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 Sag mal, haben wir was. Was haben wir... For... Ass? Orrin. Orrin. Sie snatched me up from our camp. And brought me down here to her... Temple. A barless enclave. How long has it been? A ten day? Longer? I can't even tell. Well, she... 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 She did things... To me. Such awful things. Even I don't have the words. She... She took things... From me. She let me run. She likes the sport of it. And told me I could earn back. What she cut off. My trophy. She said. If I could outpace her. Look, you can't fight her. She's too strong. Turn around. I'm done running. I'll buy you what time I can. Uh... Was? Geht hier ab? Oh, a few choice cuts. And sweet meats. Nothing fatal. Not with my knife work. But perhaps a tad... Ooh. Diminishing. Es stimmt doch was nicht. Ah, ich hab's mir schon gedacht. Look at it. Brain battered and broken. Hands stained with a bone, Lord's soot. Have you forgotten the way home, sibling? Should I set your lapdog to screaming? That could help you find the way. The little lordling has been whispering in your ears. He always knew how to tumble and twist your mind matter, leave you knotted in his cords. Gortash betrays us, blood kin. He sets a leash to our slaughter. Uses us to drive the herd towards his tin men's oppression. You must kill the tyrant, smear him across his rock rotten halls and pluck the netherstone from his carcass. Der Sommer auch irgendwie vor. We jewel, a sweet slaughterkin. The winner claims the stones. Balls true chosen. The loser rots on his altar. Agree? And I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Balls doctrine. So will your friend. So, this was Oren's intention. A convert against a fellow Zion of Ball. Witnessed by the Lord of Murder himself. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit. As might your own. Oren's assassins will hunt you like prey for slaughter. Hmm. Ja, warum, warum eigentlich nicht? That festering, inadequate, bound my blades when we first conspired. His crimson is not mine to spill. It must be you. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city, and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then, you can gore the Lordling again, and again, and again. But listen, listen close, Bonekiller. Come to my temple before you turn Gortash to Carrion, and I will ready your friend's corpse to greet you. Ha, 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 ha. Baal is waiting slaughterkin. Do not disappoint him. Hmm. Hmm. Okay. Gegenstand an den Rucksack. Okay. Ich weiß ja nicht. Was ist mit den Assassinen da? Ich will jetzt erstmal hier noch ein bisschen rumlooten. Wenn da nur irgendwie was Interessants dabei ist. Nee. Wollte ich eigentlich noch eine Short Rest machen? Ja. Dankeschön. Ach, nö. Schädliche Dämpfe. Wie soll ich da durchkommen? Man kann da hochspringen. Weißt du was? Können wir mal kurz teilen. Magst du mal hier hingehen? Und jump nach da. Hier drin? Wasser. Ich glaub so... Was ist da hinten? Interessant. Ich will mal kurz zwischenspeichern. Hier ist nix interessantes. Ich brauche jetzt irgendwie nach oben. Nein. Ja. Wandrobust. Hat's vielleicht nen Knopf? Ja, war ja klar. Immun gegen Wuchtschaden. Oh, wir haben aber sowas. Das hat funktioniert. Unterstadtpalästisation. Da wird es dann wieder nach oben gehen, vermute ich mal. Oh, okay. Ja, da will ich aber erstmal noch nicht hin. Was ist da? Und auf der anderen Seite ist ja auch noch was. So, kannst du da hinspringen? Danke. Da ist ein Hebel. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich. Wir hatten doch diese Geisterhand, oder nicht? Mal kurz schauen. Bluchbrechner, keines Geschoss, Gedanken wahrnehmen, Schatz für Energie, Dimensionstür. Irgendjemand hatte das doch nicht, oder nicht? Ich meinte, wir hätten das gehabt. Hilfe, Rückzug. Das Risiko. Das gibt's doch nicht. Hm, Täuschungsmess, die haben wir auch noch nicht ausprobiert. Klingenbahn. Lauten finden. Mach ich hier rüst. Ey, das gibt's doch nicht. So ein Festhalten. Und Sichtbarkeit sehen. Gibt's, was du da vielleicht warst? Kranken wahrnehmen. Kältestrahl. Grunde des Wahnsinns. Ah, da. Magier. Mach mal. So, du. Mach mal den da. Hä? Was macht der? Liegen. Mach da unten. Yes. Okay. Na dann. Wenn wir mehr halten. Ey, wo geht's hier denn alle hin? Na, 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 na. Das machen wir nicht. Ne, 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 ne. Komm her. So. Springen. Runter da. Gut. Das wär's. Wir haben uns doch noch die andere Seite noch nicht angeschaut. Komm erst mal, was hier hinter der Tür ist. Schön. Schön. Ich sag jetzt erstmal, hallo. beziehungsweise möchte ich mit mir nach vorne gehen. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt nur irgendwie Gespräche machen können, aber okay. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Wenn denn der Schuss? Jo, hat schon mal gut funktioniert. Hat schon mal gut funktioniert. Nimm mal dummhaft die Seite. Geht nicht mehr. Alles klar. Alles klar. Okay. 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 Wir müssen... Wir können keinen Feierpfeil machen, ne? Sieht ja nicht so aus. Holzfass. Holzfass. Ölfass. 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 100% im Nachteil. Ich bräuchte jetzt irgendwas mit Feuer, ne? Ah, tun wir mal entwaffnen. Scheiße. Viel geschlagen. Hm. Waffe am Boden. Geil. Waffe am Boden. So muss das. Eis. Okay. Das war's erstmal. Kannst du irgendwas Feuermäßiges machen? Steinhaut, Fluch und Telekinese, Fluch brechen. Oh, Alchemistenfeier. Ja, geil. Boah, und ansonsten... Na ja, auf sich. Nice. Gehen wir weiter vor. Okay. War was? Schmeiß ich ihn jetzt da dahinter. Kann ich mal den machen. Du bist dann down. Rufen wir dich dann auch gleich. Machen wir zweimal. Oh. Ja, geil. Oh, ich werd bestandet unsichtbar. Oh, ich glaub ich bleib da stehen. So, mein Junge. Wir machen durch Ohren der Schuss. Nice. Oh, das bethole ich auch nochmal hinterher. Nice. Und sonst Nein. Mach's das erstmal. Komm's ja da nicht rüber. Also ja, würden schon, aber ins Gott. So, einmal. Oh, critical fail. Was soll denn das? Na komm, feierfrei. Das war's erstmal. Du schießt einmal hinterher. Cool. Noch 5 Schaden. Kämmer. Geil. So. Kümmer da rüber. Dankeschön. Einmal looten. Nichts Spannendes. Auch nichts Spannendes. Toter Flüchtling. Die haben die hier alle umgebracht, so wie es aussieht. Alle. Na. Möchte ich jetzt nochmal schauen, ob es da unten was hat in den Kisten. Da hat es natürlich nichts drin. Sehr praktisch. Ist hier was dabei? Ah, Gold. Immerhin. Gemeint hat das... Ne. Ich dachte, es wäre schon lager. Da hätte ich dir. Gut. Einmal da drüber. Oh. Da ist noch mehr. So. Gehen wir erstmal da weiter. Ja. Was knacken? 15. Okay, komm. Oh ja, geil. Sag mal. Wie fett ist das hier? Möchte ich da schon mal... Wolle ich da einfach ins Wasser reingehen? Und kann ich das Ding da irgendwie herziehen? Das ist ein Hebel. Ähm. Komm mal her. Magst du... Oh, ich brauch den langen Rast dafür. Da reingehen ist doof. Ich meinte, ich hätte irgendwo nochmal so eine Schriftwolle gehabt. Und euch kann es auch keiner machen. Möchte ich da. Sehr unpraktisch. Ganz in den Lichter, Fluchtbrechen, Steinhaut. Ach, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Jetzt komme ich in das Teil da nicht an. Kann ich nicht das Ding einmal anschießen? Ah, geht doch. Ja, dann. Einmal rauf hier. Okay. Lass mich raten, wieder verschlossen. Ja, natürlich. Ach, Kinder. Um eins nicht. Ja, komm. Nochmal. Geht doch. Will ich mich jetzt da mit den Leuten anlegen? Oh, how about no? Gehen wir doch mal weiter nach hinten. Tschüss. Gut auf dich. Wer? Wer bist jetzt du? Oh, hallo? Gesprächsbedarf? Ja. In der Kanalisation. Ja. Nie. Die. Ja. 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 Don't tell him I was here. Just tell him I wasn't ready to be in a relationship. I'm sure he'll understand. Okay. Gut, Ende des Gesprächs. Hier ging es ja nicht mehr weiter. Dann schauen wir doch mal, was da hinten ist. Ja. Okay, sehen wir. Hey! Was machst du jetzt gleich? Okay. Das ist doch bestimmt so eine Art Tür hier. Ah. Eine Tür, die ich nicht aufmachen kann. Und da kann man auch nichts weitermachen. Ja, die Kisten. Naja, ich glaube, ich einmal für eine kleine, longrest, populente Truhe. Wir wollen mal kurz schauen. Mit nichts drin. Na gut. Gut. Also, ähm, longrest. Lange Rast. 507. Oh, die braucht ja mit dir echt nicht sparsam sein. Yes. Ach, stimmt ja. Da war ja was. Okay. Okay. Oh Mann, was soll das jetzt? Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. You've heard of such devils. Sisters of justice. Adjudicators of diabolical contracts and bargains. Holy hells. Mmh. You do not call upon the sisters. They come when the hells demand witness. Your parasite links with wills. And your memories flow into him. He sees his father's flight from Worms Rock. And hears Mazora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters. Infernus contractus te vocamos. Infernus contractus te vocamos. Infernus contractus te vocamos. Infernus contractus te vocamos. Your contractus. Will. Signed in blood. Forged in fire. Bound in bone. But not. Unbreakable. Yeah. Oh, lass mich raten, der Vater. Das war klar. Das ist schwierig, aber klar, dass ich das mitentscheiden darf. Ich frage mal kurz. Der Solverer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Oh, shit. Verdient du deine Freiheit? Lass du einen Vater sterben. Statt Freiheit, nimm dir seinen Platz ein. Ich weiß nicht. Warum muss ich denn das entscheiden? Hm. You damned wretch. Vater. Do it. Break the pact. Fiat Eater. Fiat Eater. Anima ad beator. Ich glaube, du hast es in dir gehabt. Ich glaube, du hast es in dir gehabt. Es scheint, meine Kinder sind alle aufgewachsen. Und nicht zu schreien über dein Vater. Du hast deine Wahl gemacht. Du wirst die Begriffe. Du wirst die Begriffe. Ich denke, ich werde mich daran beten. Wie ist das? Nicht für das größte Worte. Du verstehst? Nur für die Untertitel. Ja. Das ist ja richtig gut gelaufen. Ey, du bist selber noch da. Wie sieht's denn aus mit den Essen? Ich habe mein eigenes Pairing Knife bekommen. Jetzt brauche ich nur ein paar Ingräder. Und ich werde etwas wirklich gut machen. Ich versuche. Mhm. Wo bist du? Ich glaube, wir müssen mal reden. Aber geiles Setting hier. Das K-Loch. Ah, die Musik dazu. Ja, so klar, dass sie nicht. Ja. Sie ist einfach eine Pest. Ja. Hm. 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 Ich habe das K-Loch. Ja. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Das Ravengard. Ich bin ein Wunder. Ich werde es sein. Ich werde es sein. Ich habe seine Leben weggebracht. Ich habe die Welt vor dem Hellen. Es wäre einfacher, zu den Sticks, zu den letzten Sticks, als zu verabschiedern. his fate i'd be a fool to wish otherwise we obtain the final to another stones and take back our minds and the city from the brain that's a good thing with you will I not talk about it I can look a little a bit of a look oh it's really great also they already know how they can do it really well hier gut dann würde ich mal sagen gehen wir mal schlafen wenn ich denn wüsste wo schlafsack und die schlafsäcke ach so beziehungsweise nur aufs feier gehen auto auswählen und los geht's haupte du oh it's you i must have let my mind wander enough for you to wander in forgive me i am drained ever since you killed ketherick and took his netherstone the chosen's control of the brain has been brittle it's rebelling against orin and gortash fiercely i suspected that when we took ketherick stone the brain would begin to break free those brain quakes confirm that my suspicion was correct i do not know what happens now when it receives their orders and i do not dare guess you feel the emperor's fear as if it were your own an elder brain enslaved is one thing an elder brain unleashed will be the end of everything beautiful isn't it the mighty prince orpheus contained in submissive slumber come you may as well sit a while now that you are here your company isn't unwelcome hmmm now we are the mea after hood you are correct i should be i'm haunted by memories they are relentless i can think of nothing no one else Duke Stelmayne, oder Belin, als ich sie wusste, ich war nicht bereit für ihre Todesmacht. Du denkst, dass du mein erstes Alli war. Far from it. Ich habe lange versucht, die Alli-Ship von anderen. Es ist die einzige Weg, um zu erreichen. Doch meine Relation mit Belin war anders als meine Relation mit dir. Um, ja. In der Weise, aber nicht der Weise, die du denkst. In der Leben, sie war mein Geschäftspartner. Nachdem wir die Knights des Shields gingen. Eine schwierige Aufgabe für ein Mindflayer. Duke Stelmayne meinträchtigte, und die Stadt glaubte sie. Ich habe die Plot gemacht, aber Belin nahm die Center-Stage. Es war sie, die mit den Merchanten, Politiker und Patriarchen. Es war sie, die mit den Behandeln und mit den Behandeln verabschieden. Sie waren die Stelmayne mit den wichtigsten Gesprächen in der Stadt. Together, wir haben die Ordnung in den Chaos gebracht. Wir brauchen keine Ahnung. Ähm... Sie denken, dass Mindflayern keine Ahnung sind, die nichts fühlen. Belin hat das gleiche gedacht. Du bist falsch. Das Gefühl ist wichtig für die Ahnung von jemanden. Selbst die Mindflayern. Wie Sie, Mindflayern keine Angst. Wie Sie, wir brauchen eine Erkennung. Aber nicht so wie Sie, nicht so wie die anderen meiner Art. Ich bin kein Schlauch an einen. Mein Ende ist und immer ist Freiheit. Belin hat das понимiert. Belin wurde meine Freiheit. Ich glaub sie ihm mal. Naja, passiert noch irgendwas Schlimmes? Ausnahmsweise mal nicht. Okay. Ich würd sagen, an der Stelle werden wir erstmal Pause machen. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass diese Realisation so riesig ist. Werden das aber weiter erkunden. Und dann bei Zeiten mal wieder nach oben kommen. Aber echt schönes Lager hier. Ich hab eher gedacht, dass wir irgendwie düsterer und unten oder so. Aber cool. Nice, nice. Mal schauen, wie das jetzt hier noch weiter geht. Mit den zwei Steinen und vor allem, wenn wir an die rankommen. Eben. Aber diese eine Wache ist halt echt ein Problem. Vielleicht findet man da irgendeinen anderen Weg. Mal gucken. Bis dahin wünsch ich was. Bleibs gesund. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.